Stellvertretend Reue erwecken für alle Sterbenden. Im Namen des Vaters, des Sohners und des Heiligen Geistes. Amen. Dieses Gebet soll und muss gebetet werden, dass ich sie retten kann. Heilands wurde. Gebet. Milliarden und Millionen Mal. Mein Jesus Barmherzigkeit. Barmherzigkeit mein Jesus für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Milliarden und Millionen Mal opfern wir das kostbare Blut und die Bluttränen dem himmlischen Vater auf. Für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Und bedecken ihn mit dem kostbaren Blut und dem unbefleckten Herzen Mariens und mit ihren Bluttränen. Dass der böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat. Amen. Amen. Und ich kann sie retten. Verkünde es. Heilands wurde. Ich brauche Söhne, Seelen, die dieses Gebet täglich womöglich mehrmals beten. Meine lieben Kinder, ich danke euch dafür. Gott segnet euch mit seiner göttlichen Kraft. Und auch ich segne euch, eure liebe Mutter. Amen. Amen. Heiliger Josef, der Vater Jesu Christi und wahre Bräutigam der Allerheiligsten Jungfrau Maria, bitte für uns und für die Sterbenden dieser Nacht. Amen. Jesus, Maria und Josef, wir lieben euch. Seid uns barmherzig. Rettet alle Seelen, besonders die Priesterseelen und die Gottgeweihten. Mit der großen Bitte, diesen Liebesakt mit jedem Atemzug, mit jedem Pulschlag tausendmal wiederholen zu dürfen. Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Hilf auch uns, eine Herberge für die Liebesflammen, den Herzen der Menschen zu finden. Amen. Betet täglich den Herzenstausch mit Jesus und der heiligen Jungfrau Maria. Allerheiligste Jungfrau Maria, tausche bitte mein sündhaftes, wankemütiges Herz aus gegen dein heiligstes, unbeflecktes Herz, damit du in mir wohnen und der heilige Geist in mir wirken kann. Liebster Herr Jesus Christus von Nazareth, Sohn des lebendigen Gottes, tausche bitte mein sündhaftes, wankemütiges Herz aus gegen dein heiligstes Herz, damit du in mir wohnen und der heilige Geist in mir wirken kann. Erfülle meine Bitte, du Gute und Getreue Jesus, damit du bald als Friedenskönig über die Welt herrschen kannst. Amen. Goldenes Ave Maria, wie der heilige Gertrud offenbart. Sei gegrüßt, weiße Lilie und strahlende Rose, ruhender Dreieinigkeit. Sei gegrüßt. Du leuchtende Rose, himmlische Anmut, von welcher der König der Himmel geboren und genährt werden wollte, nähre unsere Seele mit göttlichen Einströmungen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kind erlebe. Und zu allen deinen Segen gib. 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 Und zu allen deinen Segen gib.